hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play world of warships wir sind in den fleischwürsten wieder unterwegs und wir haben uns entschlossen weil hier drüben zwei gneisen aus sind dass die hoffentlich supporten werden und ultra killer und ich fahren jetzt rüber und hoffen dass unsere queen elspeth die leider jetzt irgendwie schon eintritt aus irgendwelchen gründen die da noch zu unterstützen der liebe ultra killer versucht ihr schon freundlicherweise mitzuteilen dass wir da hinfahren sollen gucken ob man mitspielt queen elspeth hat kein bock gut dann bleibt schön in d stehen und tun nix da hilft uns besonders gut es ist kein bisschen sachlicher verstand bei manchmal ich bin entdeckt weil in c was kämpfen will so runter oh toll 950 naja besser als wenn sie alle daneben gegangen wären tja gnev nie gut dass du raus gefahren bist hast du was mit abgekriegt ja oh ja dann müssen wir das auf dem zweiten bildungsweg hier wieder zurückerobern die muss auch offen sein weil die kriegt nämlich ganz schön beschuss da kommt auch eine queen elspeth wenn wir mal drüber schicken können mal so netten gruß soll doch bitte unsere knäven in ruhe lassen naja jetzt sind wir bei 4000 punkten also ein bisschen was hat es gebracht da zielt vier zielen auf mich warum warum tun die das da kommt eine fischierung dann möchte ich doch gerne mal meine hübsche breitseite zeigen hat voll eingeträgt und schon wieder alles daneben da kommt auch noch ein apg ich würde jetzt sie haben also demnächst werde ich in der woche von und eine woche nach dem großen update werde ich nicht mehr spielen hat keinen zweck überraschung ja 10.000 ist eine überraschung unsere genevni hat meine güte was hat die denn für ein tarnwert oder ist hier noch irgendetwas anderes genau das ist es die hat gar keinen tarnwert genau dies dauerhaft offen auch zwei zitadellen haben sie dann rausgenommen die arme fiji 950 auf die queen elspeth abbrecher und abprallern da drüben steht eine arp haguro schade dass ich nicht nachgeladen hätte habe schade dass sie unsichtbar wird schaden aus hat die hat seine eigene verraten rausgenommen das waren noch mal 10.000 auf die elspeth so kommen dann halten wir gegen wir stehen ja eigentlich ganz gut hier müssen uns nur ein vor dem top von der arp haguro in acht nehmen das noch eine king george vier abpraller und einer durch das sind verdorben bisschen knapp stehen wir hier da sollen wir doch lieber abdrehen tja das ist schon zu spät wir versuchten da jetzt eigentlich die elspeth rauszunehmen zu klauen keine ahnung ich schieß schon gar nicht mehr drauf ich auch nicht ich wollte gerade auch was größeres aber ist ja alles wieder also die erober ist es gewesen die hier hinter der insel steht ich muss weiter ein drehen ich kriege nämlich gerade recht ein abbrecher auf die elspeth so da haben wir ja die arp haguro schade die dreht weg graf sp was machst du tolles ich habe mal auf die graf sp abgesetzt doch da kommen meine und meine haben hier 950 gebracht ja und der rest ist abgeprallt mal gucken ob ich der arp wenig schön groß schicken kann jetzt hat er angst in die breitseite 1900 da waren die obligatorischen 900 150 auf die graf sp 1564 kannst du sagen was habe ich denn da getroffen die lieblingsbratpfanne vom smoothie wahrscheinlich so was in der art auch gerade alles drauf abgefeuert wie viel hast du ja 56 na 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 12.000 und eine Zitadelle auf die Emile Berater, der jetzt komischerweise auch wieder schneller wird. Ich komme mal wieder ein bisschen ran, weil die ARP Herr Gurus außerhalb meiner Reichweite. Der fährt auch rückwärts. Ja, ja, deswegen. Oder ich gucke mal, ob ich die Gaede jetzt finde hier vorne. Ja, hier oben ist ein Nagato aufgetaucht. Der mich mit dem ersten Schuss anzündet. Also bevor die jetzt hier versuchen nach D zu fahren, versuche ich den den Weg abzuschneiden. Äh, jetzt könnte ich was Hilfe brauchen. Aber jetzt ist auch noch nicht King George. Moment. Ja, um die Insel komme ich jetzt nicht mehr rum. Jetzt muss ich erstmal hier rumfahren. Ich habe aber nochmal auf die Nagato geschossen. Äh, von vorne kommt Tor. Ja. Ja, das ist ja von der Gaede sein. Ja, nützt mir nix mehr. Ich brenne und habe Wassereinbruch. Das war es. 28, 27.000, 26.000, 20.000. So schnell verliere ich hier das, wo das war es. Ich will doch immer langsamer. 2.000, 2.000, 1.900. Ja, und tschüss. 25, 2.000, 21.000. 45, 3.000, 23.000, 21.000, 21.000, 21.000, 23.000, 21.000. Einmal auf die Nagato, 950, jetzt haben wir mal auf HE geladen. Und hast du gesagt F2, ne? Für was? Für negativ. Was? 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 Ja, gewonnen. Endlich mal ne annehmbare Runde mit dem Kahn heute. Ich verstehe das nicht, das ist zum Kotzen. Also ich habe ein paar gute Treffer gemacht. Bei mir waren es 3 Zitadellen und 82.000. 11 Abpraller, 12 durch, 4 Abbrecher, 11 gezählte Treffer. Ich verstehe das nicht. Ein bisschen was an Geld darf ich behalten, 277.000. Ich sage mal wieder Dankeschön. War toll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.